Herzlich Willkommen! Ich möchte dir in diesem Video das Rätsel und das Geheimnis, das hinter jeder Zwangsstörung steckt, erläutern und zeigen. Das Ganze nach dem Intro. Es gibt ja viele unterschiedliche Arten von Zwängen, aber man kann sie doch in so drei große Kategorien unterteilen in Waschzwänge, Kontrollzwänge und Zwangsgedanken. Darunter gibt es viele Untereigenschaften, wer was kontrolliert oder wer was wäscht oder wie sich jemand Gedanken macht, welche Gedanken. Aber trotzdem haben alle Zwänge eines gemeinsam. Alle haben sie ein Geheimnis und ein Rätsel, das sie uns aufgeben. Was ist jetzt das Geheimnis hinter jedem Zwang? Das Geheimnis ist, dass jeder, der einen Zwang hat, seiner Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kann. Also der macht zum Beispiel das Licht aus, verlässt den Raum und danach zweifelt er daran an dem Bild, an dem erloschenen Licht, geht nochmal rein und kontrolliert nochmal. Oder beim Herd ist es ähnlich. Oder auch bei Waschzwängen, dass man nochmal Hände wascht, weil man nicht vertraut, dass die Hände wirklich sauber sind. Also man vertraut seiner Wahrnehmung nicht. Und ich bin ja so ein Freund davon, dass ich das nehme, was sich zeigt und mit dem arbeite. Denn das ist ja wirklich das, was jeder Zwangspatient fühlt. Diese Unsicherheit und dass quasi die Augen etwas sehen, aber eine innere Stimme dann sagt, das stimmt nicht. Ja, ich vertraue dem nicht, was ich gesehen habe. Wenn ich jetzt das mal nehme, diese Unsicherheit, dieses ich traue meinen Augen nicht, ich vertraue meinen Sinnen nicht, dann muss es ja bei allen Zwangspatienten irgendwo einen Punkt gegeben haben, in dem sie aufgehört haben, sich selber oder besser gesagt ihrem Sinn zu vertrauen. Wenn wir jetzt mal schauen, was könnte denn das sein? Was kann denn im Leben passieren, dass man den Sinnen, also dem, was man sieht, nicht mehr vertraut? Nachdem ich ja schon sehr lange mit sehr vielen Zwangspatienten arbeite und immer aufdeckend arbeite, ist mir bewusst geworden, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass Menschen ihrer Wahrnehmung nicht mehr vertrauen? Fangen wir mal beim Schlimmsten an. Das schlimmste Szenario, was jemand passieren kann als Kind, dass er später seiner Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kann. Stellen wir uns vor, ein kleines Kind, das mit beiden Beinen im Leben steht, das vertraut, das Harmonie spürt, wird eines Tages von einer nahestehenden Person sexuell missbraucht. Es ist ja so, dass dieses Kind ein Erlebnis im Kopf hat, gesehen hat. Es hat etwas gerochen, geschmeckt, gehört, auf den Körper gespürt. Es hat vielleicht Ekel wahrgenommen und das ist die Wahrnehmung, die erstmal in dem Kopf von dem Kind ist. So, normalerweise würde ja ein Kind jetzt, wenn es so etwas erlebt, Hilfe suchen bei Papa oder Mama und würde das erzählen. Aber warum funktioniert das bei so etwas nicht? Also erstens gibt es ja die Scham, die auch ein Kind spürt, dass also dagegen spricht, das jemand zu erzählen. Dann gibt es natürlich auch Schuld, die man auch ziemlich schnell fühlt, weil man hat das ja irgendwo mitgemacht und glaubt vielleicht auch, dass man Mittäter ist. Dann gibt es noch einen großen Punkt, dass derjenige, wo das macht mit dem Kind, der will ja nicht, dass es rauskommt. Und hier fängt es jetzt schon an, dass diese Menschen dem Kind etwas einreden. Die sagen dann, das ist nie passiert. Das hast du nie gesehen. Also so Sätze habe ich schon oft gehört, wenn wir aufdeckend gearbeitet haben, dass irgendjemand deinem Kind irgendwas einredet. Klar, in so einem Moment, wo das Kind eh total überfordert ist und es einfach dann natürlich glaubt, dass das Ganze nicht wahr ist. Aber das reicht oft noch gar nicht. Also schlimmer wird es noch, was ich auch schon hatte, dass das Kind sich dann doch mutig oder das Herz fasst und erzähle es einer nahestehenden Person und diese sagt dann, das bildest du dir nur ein. Aufgrund, dass die Frau, der Mann, das gar nicht glauben kann, dass ein anderer das machen könnte oder weil es auch ein unangenehmes Thema ist. Das ist natürlich der Worst Case für ein Kind, wenn es zu jemandem geht, wo es glaubt, da bekomme ich Hilfe und dieser sagt dann, das bildest du dir nur ein. Dann fängst du an oder fang betroffen an, an sich selbst zu zweifeln. Und klar ist natürlich auch, es hilft ja diesen Kindern auch, wenn sie nicht glauben, was sie gesehen haben, wenn sie es in Zweifel ziehen. Und ich finde es sehr spannend, denn wenn ich mit meinen Patienten an so einem Punkt bin, ist zu 100 Prozent der erste Satz, das glaube ich jetzt nicht oder das bilde ich mir nur ein oder ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde. Also sie ziehen das, was sie dann wahrnehmen, sofort in Zweifel, weil das auch das Muster ist, was ihnen jahrelang geholfen hat, dass sie das Ganze nicht wahrnehmen müssen. Und das Geheimnis ist also hinter jeder Zwangsstörung, dass letztendlich jeder, der eine Zwangsstörung hat, seiner Wahrnehmung nicht vertrauen kann. Und das Rätsel hinten dran ist natürlich, an welchem Punkt des Lebens hat die Person aufgehört, seiner Wahrnehmung zu vertrauen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in abgeschwächterer Version, dass jetzt das Kind nicht zu jemandem gegangen ist und hat sich anvertraut. Also das ist ja wirklich das Schlimmste, dann ist wirklich die Wahrnehmung komplett, ich sage mal ganz wortwörtlich am Arsch, die eigene. Aber es gibt natürlich auch oder reicht auch schon, wenn der Betreffende vielleicht der Vater ist oder ein Bruder vom Vater, also ein Onkel. Und der dann einfach auch sagt, du, wenn du was verrätst, ja, dann passiert was Schlimmes. Dann bringe ich die Mutter um. Das ist dann oft so ein Zwang, wo viele haben, dass sie Angst haben, sie können irgendwas falsch machen und ein anderer kommt dann zu Schaden oder stirbt sogar. Ja, also das ist auch ganz oft der Fall, weil ja diese Personen, die mit dem Kind irgendwas machen, die wissen ja genau, dass das strafbar ist und werden alles dafür tun, werden dem Kind wirklich so viele Dinge erzählen, dass es wirklich Angst hat, darüber zu reden und dass das Kind wirklich anfängt, selber daran zu zweifeln. Und das ist ja auch mit das Hauptproblem, dass diese Menschen, die Kindern was antun, egal ob das familiär ist oder auch von fremden Menschen, dass die nach außen hin nicht böse sind und dass die oft sehr angepasst sind und dass die oft auch sehr nett zu den Kindern sind. Und dann gibt es so einen kleinen Auszug, so ein kleines Bild, so eine Viertelstunde, die komplett anders ist, gewalttätig, mit Scham besetzt, voller Schuld und auch die Drohungen danach. Und das ist einfach das, wo man dann, ja, nicht glauben darf, wo aber trotzdem immer wieder kommt in den Körper, ja, auch wenn man nicht mehr weiß, warum. Und wo man dann einfach anfangen muss zu zweifeln an dem, was wirklich außen passiert. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Einblick geben. Es kann natürlich auch andere Sachen sein. Es muss nicht immer im sexuellen Bereich liegen, aber es ist oft der Fall, weil da kommt einfach sehr viel zusammen. Aber auch mit Gewalt von Menschen, die einem sehr nahe stehen, sind oft Themen oder auch andere Sachen noch. Aber es ist doch, also die meiste Verdrängung ist dann doch bei sexuellen Dingen, weil man das als Kind auch sehr schwer einordnen kann, weil man gerade, wenn man jünger ist, zwischen 1 und 3 Jahren sich gar nicht so abgrenzen kann von der Person. Also oft auch denkt man ist mit Täter, mit Schuld an dem Ganzen, weil da sehr viele Gefühle auf einmal auftauchen. Wie gesagt, Schuld, Scham, die Angst, jemand anderem könnte was passieren, wenn da Drohung dabei ist. Und natürlich dieses Gefühl, ich kann mir selbst nicht mehr vertrauen. Vielleicht hilft es dir ein bisschen, vielleicht merkst du selbst, wenn du betroffen bist, durch meine Worte, dass da irgendwo in dir sowas rumschwirrt. Fakt ist trotzdem, wie will man denn mit so etwas weiterleben, wenn man das nicht mal wirklich sich bewusst werden lässt. Wenn das Kind, wo mit, ich sag mal, mit vier Jahren so eine Extremsituation erlebt hat, dass so viele Fragen hat, dass sich die Schuld gibt, dass sich für etwas schämt, wo gar nicht stimmt. Also wie soll man das denn wirklich auflösen, wenn man nicht noch mal in aller Ruhe mit wirklich mit Samthandschuhen an die Situation rangeht und dem Kind zu verstehen gibt, dass es hier keine Schuld hat, dass es sich für nichts schämen muss und dass es seiner Wahrnehmung wieder vertrauen darf. Dass es dem, was es gesehen hat, den Ekel, was es gefühlt hat, den Geruch, was es in der Nase gehabt hat und das, was das Kind auf der Haut gespürt hat, dass es dem zu 100 Prozent glauben kann. Und wenn man das schafft, dann kann man natürlich wieder teilnehmen im Alltag. Dann kann man einfach das Licht sehen, dass es aus ist. Dann kann man nach einmal Hände waschen und sagen, ja, die sind sauber und muss nicht irgendein Gefühl täglich abarbeiten, was irgendwann mal ein anderer Mensch installiert hat in der Person, was irgendwann mal ein anderer Mensch verbockt hat und muss nicht ein Leben lang mit so einem Geheimnis und so einem Rätsel leben, das nur einer weiß, nämlich du, der vielleicht betroffen ist oder andere Zwangspatienten. Das Schöne ist wirklich, es gibt eine Lösung, die ist natürlich nicht angenehm, sich nochmal alles hochzuholen, zu erkennen, dass Menschen, die man vielleicht ganz anders eingeschätzt hat, so etwas gemacht haben. Aber für mich die einzige Lösung, das wirklich anzuschauen, sich Gedanken darüber zu machen, Dinge besser zu verstehen, Schuld, Scham loszulassen, Ängste aufzulösen, um dann anzufangen, ein normales Leben zu führen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn du in meinem nächsten Video wieder dabei bist. Ich kann jetzt schon haben, was ich morgen will. Mein Glück verschieben macht keinen Sinn. Eine Prise Mut und etwas Schiss. Ich pack's jetzt an, wer weiß, was morgen morgen ist.